Wir haben ja gesagt, wir wollen rausfinden, was mit dieser einen Person ist. Und ich habe festgestellt, es ist gar nicht eine Person. Wer von euch weiß alles, Frank? Er sagt zum Journalist zu mir, wenn aber jetzt ganz viele Leute Frank heißen und du machst ein Album, das heißt, was ist eigentlich mit Frank, dann finde ich das doch vielleicht gut. Ja, das denkt man Marketing. Bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Jedenfalls haben wir gesagt, wir wollen rausfinden, was mit Frank ist und wir werden das auch heute versuchen. Und deswegen ist jetzt die Frage von uns an euch, was ist eigentlich mit Frank? Was ist denn mit Frank? Was ist denn mit Frank? Ja! 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 Das war's. 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 Das war's.